zurückfahren sollen oh Figures you'd be here. Is that your Rachel amber Halloween costume? You know more about her than me No, you and Chloe think you know more than anybody like all teenagers Leave max alone David stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras so he can spy on everybody like he spies on all of us here Don't start Chloe not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid. They're not now Chloe. He used to call me a loser for getting kicked out of blackwell So who's the loser now David? Who haven't you accused or harassed between your investigations into Rachel and Kate? What have you done besides get in trouble? David put together Chloe Scheiße For David Listen, we don't know that David did anything and nobody has any proof against him as far as we know It's Nathan Prescott who's the real threat so far. I Would cut David's like here. Oh, would you how generous King Max so suddenly doesn't matter how shady David has been acting or that he keeps all those weird files on your classmates or how you're always going off on how creepy David is Enough! I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately and I don't want it in my home today Well, I agree with that Now if you all don't mind I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming Max? Oh, it's right off the toilet again Maybe I went too easy on David for Joyce's sake Thanks again for defending me Max, but this is my family now Max, I appreciate you sticking up for David and our family Even if Chloe doesn't Hmm Thanks for letting me down again Max Why can't you just rewind so I don't have to see you defending that asshole Hmm Hmm, okay, I don't know why Okay I think it's always that David, even if he looks like an asshole, he doesn't look like an asshole He doesn't look like an asshole Listen, when I went through David's laptop I found pictures of Rachel and Frank Being More than friends Right, no way Max She was just posing to tease Frank If you're not gonna believe me, why don't we check out what Frank has in his RV? What's that gonna prove? Frank has Rachel's bracelet What else does he have in there? Motherfucker better not have anything For his sake Let's check the door Frank gets so wasted, he sometimes forgets to lock it It looks like he would be a shit from the table Ohhhh I can't believe you hung out with him Not anymore We have to be casual ninjas here Shit Okay, here's the plan I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have this money But he needs to come with me Then you come in and rewind so Frank doesn't see me Then you can tell Frank he needs to check out his RV And then you rewind after you get the key And... And... Chloe, I got this I'll be right back Don't let my epic plan get in the way of yours I'll try to scrounge up a Scooby snack to distract his mangy mutt Now to find a quick and easy way to snag Frank's keys Okay, we'll send us the keys to us Let's open it Careful, Max Cujo ahead Stephen King Deja vu There's dust on the dust now Dust on the dust Maxime, Papa, here Verzeih, dass ich mich nicht eher gemeldet hab Deine Mutter ist so stolz darauf, wie du dieses Mädchen gerettet hast Genau wie ich dich nach Blackwell zu schicken, war das beste, was du je von uns verdankt hast Wir waren so stolz, in den Nachrichten von dir zu lesen und ein Video zu sehen, wie du mit ihr das Dach verlässt Wenn du zum Relaxen nach Hause kommen willst und hier auf eine Schule gehen möchtest, steht dir die Tür immer weit offen Gruß, Papa Danke, Papa, es war chaotisch hier, ich bin noch nicht so weit, nach Hause zu kommen Bis später Max, O, X, O, okay Eh, was haben wir noch alles hier? Wo haben wir aufgehört gehabt? Wo haben wir aufgehört gehabt? Ich rauch, als sei ich in Chlor gefallen, aber es war toll, nach 5 Jahren wieder in Chloe's Zimmer zu pennen und neben mir aufzuwachen Wie ich bei Übernachtungen, äh, wie bei Übernachtungen damals Aus irgendeinem Grund erinnerte es mich daran, wie wir einmal nachts rausschlichen, um das Haus eines Nachbarn mit Klopapier zu verziehen Oh, was ihr mir verklob habt Aber wir bekamen Muffensausen und rannten Lachen nach Hause Als ich am nächsten Tag aufwachte, bereitete Joyce unten ihr geniales Frühstück zu und Chloe lächelte mich an, als wären wir der geheimste Club der Welt Oder wenigstens Arcadia Base Wir waren verdammt nochmal Piraten Nach unserer akademischen Spionage gestern fühlte ich Genau so, nur sind die Risiken viel größer und alles viel gefährdiger Ich trug Rachel Ambers Sachen, wenn meine müffelten Ein Band T-Shirt und kaputte Jeans So gar nicht ich, aber ich habe meinen Stil noch nicht gefunden Also warum nicht experimentieren? Apropos Experiment Chloe forderte mich heraus, sie zu küssen Also tat ich es, sie dachte wohl ich kneife Warum? War ja keine große Sache Es war knuffig, wie peinlich es ihr hinterher war und wie sie meinte, sie sagte es Warren Zudem denke ich, dass Chloe ihre Zukunft mit Rachel verbringen will Als sie zum Frühstück runterging, nannte Joyce mich tatsächlich Rachel Was so falsch wirkt, wenn man weiß, wie hübsch sie ist und wie langweilig ich bin Das neue Outfit muss magisch sein, ich helfe Joyce beim Frühstück machen wie früher nach Übernachtung Komisch wie schnell man in alte Gewohnheiten zurückfällt Ich muss bei Joyce Nostalgie ausgelöst haben, denn sie kramte das alte Fotoalbum hervor Ich bin eine von wenigen, die sich gerne alte Fotos ansehen Wie lautete das Hitchcock, Zitat auch zu filmen, als Fragment der Zeit Wie Jefferson sagte, trifft dies auch auf Fotos zu Ich denke, sie wollte David wirklich in besserem Licht darstellen Wenn David in einem Foto mit Joyce glücklich war oder lachte Wollte ich fragen, und wer ist das? Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es ein Foto von Rachel in den Sachen gab, die ich trug Sie sieht umwerfend aus und irgendwie punkiger als Chloe Dieses herzverreißende Bild war das letzte Foto, das Williams je schoss Chloe und ich in der Küche Joyce vermisst dieses fröhliche Mädchen wirklich Ich weiß, es gibt's hier noch Als Chloe mich heute morgen anlächelte, sah ich Das Foto fasste alles zusammen, was wir als Kinder hatten und als Erwachsene verloren Was auch immer Erwachsen bedeutet Das war Chloes Stichwort reinzuplatzen und sich mit Joyce zu streiten Es gab mir eine grausame Deckung, um in die Garage zu schlechten und David Madsons Geheimakten zu ergattern Weiter fand ich endlich heraus, was sich in Davids Geheimakten verbirgt und ich muss sagen, ich hatte Schlimmeres erwartet Ich bin erleichtert, dass dem nicht so ist und bin vielleicht nachsichtiger mit ihm, als ich sein sollte Kein Wunder, dass er detaillierte Akten zu Kate und Rachel mit Bildern zu ihren Aufenthaltsorten hatte David steht noch auf meiner schwarzen Liste, aber er ist ein guter Detektiv Frank und Rachel hatten eindeutig eine Art Beziehung Ich glaube nicht, dass Chloe das gern hören wird, sie muss aufwachen, wie wir alle Als David heimkam, eskalierte es sehr schnell Er wirkte aufgebrachter als sonst, zuckte aber nur mit den Schultern, als er mich in Rachels Sachen sah Er war gereizt Vielleicht werde ich den David, den Joyce so lieb nie sehen Sie und Chloe gaben ihm ordentlich eins mit Das war das erste Mal seit Jahren, dass die beiden sich einig waren Mein sechster Sinn sagte mir, jemand müsste David verteidigen Nur dieses eine Mal Ich glaube einfach nicht, dass wir genug Beweise haben, ihm für alles die Schuld zu geben Ja, er überlässt die Gläute und hat seinen Überwachungsfetisch Aber er scheint Informationen für seine eigene Ermittlung zu sammeln Die mysteriöse Max weiß das zu schätzen und hofft sein Material nutzen zu können Das ist so schrecklich Wie war das schon? Wie war das hier? Wie war das auch schön? Was war das Wann der Welt? Es war wieder so, wie war das Wann der Welt? Es war irgendwie so, wie war das Wann der Welt, es ist nur ein paar Fals. Was war das Wann das Wann? Isn't he always having a fight? He ain't the only one. You knew what was going on with the fish around Arcadia Bay. Sorry, I'm too pissed to talk about it. They're around, kid. Zu was für einer Erleuchtung kommen wir jetzt? Don't ask. Fischer? Well, since you mentioned it first, there ain't no fish in Arcadia Bay. What? Come on. None? None worth catching and eating anymore. I'm not shitting you. Salmon, trout, bass have died and migrated. Even the damn clams are dying. Oh, my God. But what about... Sorry, it's too salty to talk about it. See you around, kid. Hmm...interessant. Gucken wir mal, ob wir irgendwas bei den Autos finden, was wir machen könnten. Nope, 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 nope. Nope. Wir müssen irgendwie an das Wohnmobil kommen. Können wir einfach probieren, aufzumachen? Nee, nee. Jetzt müssen wir irgendwie die scheiß Schlüssel organisieren. Noch ein Vogel. What is going on here? Okay. Du, ba-du, 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 du, ba-du, du, du, du. Gehen wir mal kurz hinten und gucken, was man auf der Eko. Was hat er zu sagen? RKWV. Hey, how's it going? Peachy, interview over. Hm, schlechtes Interview. Worst Interview ever. Work is dried up around here, and I have bills to pay. Time is money with a guy like me. That sucks. Wish I could drive right out of Arcadia Bay. Old town is crumbling. Snow, Eclipse, a slut trying to commit suicide. Maybe you should leave them. What if I could? And even that shifty Rachel Whatserface asked me once, if I drive her to Los Angeles. You knew Rachel Amber? Can you tell me about her? Nope. Christ. Why don't you get a real job instead of homework? I'd love to see you Blackwell turds try to drive my 1977 Needham 18 Wheeler out there. Hmm. How the hell did you know that? Rachel Amber. You never told me about this cool rig in town because I love taking pictures of truckers. You knew Rachel. She sure didn't give a rat's ass about truckers. Or real work. Oh, so you must have known her too? Only from the diner. She was just a gold digger. She belonged in California with all those, you know who know what's. Good riddance. But you can take pictures in my truck anytime. Pick here. Hmm. Oh my God. That is so embarrassing. I'm going to get trolled hard. Hey, how are you? I remember you. I heard about that girl almost jumping off the Blackwell roof. Kate Marsh. I was able to actually talk her down from the roof. That was you? If I had a bottle, cheers. Thanks. Wish I had a-